Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu 6x15 Minuten Rückengesundheit. Schön, dass du dabei bist. Heute mit unserer letzten Einheit Faszienlinien. Du kannst diese ganzen sechs Einheiten dann jederzeit wiederholen. Natürlich, du findest sie auf meinem YouTube-Kanal in den Playlists. Und wenn du möchtest, hinterlass nachher auch einen Kommentar, wie es dir jetzt so geht nach den sechs Einheiten. Freut mich, wenn du reinschreibst und wenn es dir gefallen hat, natürlich gefällt mir das Rücken. Heute wollen wir die Faszien bewegen und es gibt verschiedene Linien, die unseren Körper bewegen. Das ist einmal die Armlinie, die frontale, die vom Finger bis zum Finger zieht. Also je breiter und weiter wir uns öffnen, umso mehr bewegen wir diese Linie. Dann gibt es die Frontallinie vom Fuß, Vorderseite bis rauf zum Kopf. Dann gibt es die Rückenlinie von der Fußsohle über die ganze Rückseite bis zu den Augenbrauen. Dann gibt es die Spirallinie, die sich in den Körper windet und die Seidenlinie, die vom Fuß außen bis rauf zum Kopf zieht. Also ich werde auch immer mal erwähnen, welche Linie gerade bewegt wird. Wir durchsaften die Faszien und machen uns dadurch geschmeidiger und beweglicher. Starte gleich in einer hüftbreiten Position. Knie sind etwas durchlässig. Brustbein anheben, kurz hineinspüren. Wie fühlst du dich denn? Faszien sind auch unser sogenannter Sechser-Sinn. Wenn wir uns jetzt gleich bewegt haben, merkst du dann bestimmt auch einen Unterschied zu jetzt. Zwickt es irgendwo oder fühlst du dich aufgerichtet? Lass die Schulter mal ganz locker nach hinten kreisen. Bewege dich schon etwas durch. Und immer darf der ganze Körper auch mitgehen. Also spüren dich hinein, wie du dich jetzt auch gern bewegen möchtest. Vielleicht streckst du dich jetzt und regnest dich und nimmst alle Linien jetzt mit in die Bewegung. Also mal die Hand rücken, mal die Hand flächen, mal in die Rotation gehen, mal in die Seitneigung. Immer wieder dich wahrnehmen. Und vielleicht auch Bewegung machen, die du noch nicht so oft gemacht hast oder noch nie gemacht hast. Und dann nimmst du beide Arme nochmal nach oben. Fass mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk. Beuge rechts. Bisschen breiter die Beine. Genau. Und jetzt ziehst du die Seitenlinie hier lang. Atme aus. Wechseln. Atme aus. Wechseln. Einmal rechts, einmal links. In die Länge ziehen. Trotzdem den Bauch aktiviert halten. Also die Stabilität mitnehmen, wenn du gestern dabei warst, vom gestrigen Workout. Dann kommst du wieder zur Mitte zurück und öffnest deine Frontallinie, indem du die Arme öffnest. Einatmen. Vielleicht die Handgelenke auch. Frontale Armlinie dehnen. Und aus. Mach deinen Rücken ganz rund. Kleine Finger zur Decke. Einatmen. Dich aufmachen. Und ausatmen. Rund werden. Deinem eigenen Tempo. Noch einmal. Und jetzt bleibst du hier oben. Nimmst, wenn dein rechter Arm jetzt oben bleibt, dein rechtes Bein zurück. Stützrücken mit der anderen Hand ein. Jetzt Fußspitze nach vorne zeigen lassen. Und vorne beugen. Wenn du dich hier aufdehnst, dann Handgelenk umklappen. Zwei, dreimal dehnen. Federn. Und dann beug dein hinteres Knie. Stütze dich ab. Und lass dich locker fallen. Nochmal hochziehen. Zwei, dreimal aufdehnen. Und dann aus der Rückenlinie dich wieder hochkatapultieren. Federn. Und stell dich ruhig breiter auf. Dann ist es stabiler. Bleib dann hier. Stopp. Lass locker. Und jetzt nimmst du dein hinteres Bein und schwingst es überkreuzt über dein anderes Bein. Arme gegen Richtung. Und wieder zurück nochmal. Genau. Genau. Und dann hintenrum schwingen dein Bein und die Außenkante absetzen. Seitenlinie. Denselben Arm hier nach oben. Und jetzt federst du ganz sanft die Seitenlinie auf. Komm wieder zurück zur Mitte. Vergleiche mal einen Moment. Wie fühlen sich jetzt beide Seiten so an? Unterschiedlich, oder? Merkst du, wie die Seite länger ist? Und jetzt nimmst du dein anderes Bein zurück. Stütze dich auf. Feder hier wieder auf. Ruhig etwas breiter aufstellen. Oder du kannst dich irgendwo festhalten. Ist auch okay. Feder zwei, drei Mal. Und atme aus. Bauchspann über unten. Katapultiere dich wieder hoch. Nochmal. Geht noch. Oder Seite auf. Den letztes Mal noch. Federn. Und stopp. Bein hinten. Ich drehe mich wieder zu dir. Nach vorne holen. Und überkreuzen. Gestreckt das Knie. Ferse schiebt. Und zur Seite. Nach hinten kreuzen jetzt. Außenkante absetzen. Arm nach oben ziehen. Und ganz sanft in diese Seite hineinfedern. Komm wieder zurück zur Mitte. Spür nach, ob es jetzt wieder gleichmäßig ist. Ich hoffe. Super. Jetzt nimmst du deine Finger. Überkreuz die Finger. Zieh da rück so ein bisschen an an den Fingern. Komm in eine leichte Grätsche. Schwinge jetzt mit deinem Ellbogen in die Richtung zur Seite. Nimm den Kopf mit. Feder mit mit deiner Ferse. In die Spirallinie. Der Ellbogen führt die Bewegung an. Darf ruhig immer ein Stück weiter noch dich zur Seite ziehen lassen. Und dann. Und zur Mitte kommen. Und entspannen. Sehr gut. Wir kommen heute auch auf den Boden. Dazu gleich in die Bauchlage dich ablegen. Das heißt, ein Knie, zweites, komm nach unten. Und nimm deine Handflächen zum Boden, die Ellbogen unter die Schultern. Und jetzt holst du dich hier gleich raus. Dehn deine vordere Seite, die Frontallinie vom Becken bis zum Kopf. Der Anteil vom Becken. Und jetzt ziehst du den Bauch sanft nach innen. Kippst dein Kinn Richtung Brustbein. Und hebst so ein bisschen dein Becken an. Rückenlinie im oberen Rücken nochmal. Einatmen. Vorne aufdehnen. Ausatmen. Kinn Richtung Brustbein. Und ganz leicht dein Becken anheben. Das machst du immer so groß, wie es für dich angenehm ist, die Bewegung. Es gibt kein gut und schlecht. Es gibt nur deinen Weg. Das heißt, du gehst so hoch, wie es passt. Und dann bleibst du, legst dich ein Stück tiefer, nimmst eine Hand ganz nah an die Schulter, die andere diagonal nach oben. Und dann drück dich hier weg, nimm dein Bein nach oben und dreh dich nach hinten. Jetzt spürst du die Spirallinie und die vordere Armlinie hier. Tippe hinten ruhig auf, komm wieder zurück. Sehr gut. Wechsel. Den Arm kannst du immer mal höher oder tiefer nehmen. Die andere Hand zur Schulter. Drück dich hoch und tippe Richtung Boden. Und wieder zurück. Aufstützen. Und Richtung Boden tippen. So weit, wie du dich wohlfühlst. Noch einmal, die andere Seite jetzt. Einmal noch Arm lang machen. Hand zur Schulter. Langes Bein. Dreh dich. Und wieder zur Mitte. Und Hände abstützen. Drück dich hoch. Nimm deine Beine nach vorne. Fass deine Oberschenkel. Setz dich hin. Hinter dir Platz. Und roll dich in die Rückenlage ab. Die Arme jetzt zur Seite legen. Rechtes Bein aufgestellt lassen. Linkes Bein nach unten strecken. Und jetzt kannst du dein rechtes Knie anheben. Und mal ganz locker nach links und nach rechts bewegen. Ganz entspannt. Die Spirallinie bewegen. Und zur Mitte kommen. Huse aufstellen. Was jetzt wirklich spannend ist. Du beide Beine ausstreckst und nachspürst. Wie fühlt sich dein Rücken jetzt an? Und dann nimmst du die andere Seite hoch. Und auch hier wieder ganz locker rüber. Immer so weit, wie es dir angenehm ist. Und dann wieder zur Mitte. Fuß abstellen. Nach unten rutschen lassen. Nachspüren. Wie es sich jetzt so anfühlt. Sehr gut. Dann ziehst du nacheinander die Knie nach oben. Und ziehst sie ganz weit zu dir ran. Wenn du möchtest, wenn es geht, schiebst du deine Fersen nach oben. Streckst die Knie. Ziehst die Fußspitzen an. Die Rückenlinie aufdehnen. Noch mehr. So weit, wie es geht. Strecken. Dann wieder anbeugen. Deine Knie nacheinander nach unten stellen. Dreh dich auf die Seite. Und stütz dich über die Seite langsam zum Sitzen. Einmal durchbewegt. Stell einen Fuß auf. Komm auf deine Hände. Und stütz die Hände auf die Oberschenkel. Noch nicht aufstehen. Erstmal aufstützen. Und den Rücken durchbewegen. Rund werden lassen. Nach rechts und links bewegen. In allen möglichen Richtungen. Dann den Rücken gerade. Und aufrichten zum Stehen. Wir haben uns richtig durchbewegt jetzt in 15 Minuten. Wie fühlst du dich jetzt? Hast du nochmal den Vergleich zum Anfang? Wie fühlt sich jetzt dein Rücken an? Vielleicht hat dir auch die ein oder andere Übung ganz besonders gut getan. Mach es öfters. Schüttel dich jetzt ruhig nochmal aus. Alle Faszienrezeptoren aktivieren. Es ist immer schön für den Rücken. Es tut immer gut. Und wenn du Lust hast, jederzeit die sechs Workouts nochmal machen. Du findest sie eben auf meinem Kanal in den Playlists. Oder dir das ein oder andere rauspicken. Ist dir besonders gut getan hat. Auch weiterleiten. Vielleicht an jemanden. Atme nochmal ein. Räkel und streck dich. Räkel und entspanne dich. Brustbein öffnen. Schultern nach hinten unten fallen lassen. Krone aufsetzen. Kannst wirklich stolz sein. Fleißig. Vielen Dank fürs Mitmachen. Schön, dass du dabei warst. Gerne unten reinschreiben, wie es dir jetzt so geht. Und natürlich vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen. Danke. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung. Da steht deine Unterstützung. Wenn du da drauf klickst, kannst du entscheiden, mit wie viel du meine Arbeit unterstützen möchtest. Das kannst du auch jederzeit abändern. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.